Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Morgen pegeln sich die Temperaturen bei Werten um die 13 Grad ein. Mit einem Sonne-Wolken-Mix und einem leicht böigen Wind starten wir ins Wochenende. Am Nachmittag könnte uns der eine oder andere Schauer ereilen. Der Sonntag gestaltet sich dann recht freundlich. Zwar quält sich das Quecksilber nur noch auf Werte knapp oberhalb der 10-Grad-Marke, aber den ganzen Tag über wird Sonnenschein unser Begleiter sein. Der Montag kommt bei Temperaturen um die 7 Grad grau und verregnet daher. Aus heutiger Sicht strahlt am Dienstag bei Spitzenwerten von 11 Grad die Sonne ungetrübt von einem stahlblauen Westsachsenhimmel.